So, jetzt grüßen Sie, meine Damen und Herren, ich komme hier zurück zu The Evil Within. So, wir sind vollständig. Abklatschen. Und... Leslie... 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 Gott, verdammt! Doktor! Stopp! Los, nimm es! Und, ist jemand da? Nein. Le... Okay. Streichhölzer! Zu viele! Nein! Ich wollte mich eigentlich ducken, aber macht nichts. Macht ja nichts. Oh! Er ist da runter. Natürlich, wo sonst, du Witzbold? Wow, das sieht... Gruselig aus. Oh, Mann. Oh, nein! Ach, du Scheiße. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, ja, ja. Das ist... ...einfach nur richtig. Wird mich verarschen. Oh, eine Waffenkiste. Und was ist drin? Schwib. Hey! Ich sehe vier Schrotkugeln. Und ich kriege nur eine. Wir müssen los. Hey! Darf ich mal kurz hier meinen... ...meinen... Ähm... Ups. Ganz ruhig. Wie viele Kugeln haben wir denn jetzt? Vier. Wir haben jetzt sieben Kugeln. Ja. Geht doch, oder? Passt doch. Was war das? Nix. Gut. Oh, oh. Oh, oh. Dieses rote Licht. Ich sage, da kommt gleich was raus. Ja. 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 Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was ist das? Äh. Wo? Dieses Bild. Guckt euch dieses Bild an. Und guckt euch mich an. Guckt euch diese Bilder an. Und guckt euch mich an. Das bin ja ich. Welche kranke Sau hat in diesem verpflegenen Dorf Fotos von mir gemacht? Oh. 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 Alles nicht gut. Hey. Oh. Gott. Okay. Oh. 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 Nein. Hier ist was. Beruhige dich. Hier. Oh. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Hm. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Alter Schwede. Alter Schwede. Nicht geil. Es ist wirklich nicht geil gewesen. Ich hab doch da hingeschaut. Und wo kam der her. Das. Das war das aller uncoolste. Was ich jemals gesehen habe. Das war einfach nicht geil. Nein. Das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nimm. Nimm bitte. Oh mein Gott. Das. Was? Das. Die Treppe ist träg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren. Das wird immer besser. Verstand verloren? Ja. Verstand verloren? Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Ruvik. Tatsächlich. Erst Ruvik? Wer zur Hölle sind sie? Nein. Nicht hinterher! Er hat gesagt, nicht hinterher. Warum soll ich also hinterher gehen? Was zur... Doktor? Hä? Leslie? Fuck. Und er hat noch gesagt, nicht hinterher. Warum bleibe ich eigentlich nicht stehen? Oh Gott. Oh Gott. Oh. Es ist sowas wie bei Nightmare. Oh mein... Was geht hier vor? Was zum Teufel. Was soll ich euch noch sagen? Was soll... Habe ich jetzt... Hä? Hier sind überall Bolzen. Ich finde überall diese komischen Bolzen. Aber nicht die Armbrust dazu. Muss ich die jetzt langsam mal bauen? Oh Mann, ey. Bolzen herstellen. Ich kann Bolzen herstellen. Aber mir fehlt immer noch die Waffe dazu. Okay, gut. Alter Schwede. Es... Wird... Weder besser... Noch schlechter. Ich möchte diesen Hebel gar nicht betätigen. Möchte ich da überhaupt reingehen? Ganz anscheinend. Ganz anscheinend. Halleluja. Also... Ich ver... Ich ver... Ich ver... Ich verliere eh den Verstand. Ist dir alles egal. Oh. Hey. Nicht schlecht. Wir können hier hochgehen. Wenn er hochgehen möchte. Gut, er möchte. Sehr gut. Oh. 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 Oh nein. Ich möchte diese ganzen... Oh. Okay, gut. Was kann das? Treten. Aha. Okay. Treten kann ich. Gut, gut. Wichtig. Elemental wichtig. Oh. Oh. Ich verstehe. Oh. Alter. Das ist echt zu krass. Es ist zu krass für mich. Ganz ehrlich. Mh. Nommi. Yummy. Falle. Falle. Bleib. stehend. Meine Güte. Amen. Und was macht das da schon wieder? Ah, ich wüsste eigentlich... Oh. Hey. Ich hab Licht. Und was ist das? Na, hinterfrag's nicht. Hinterfrag's einfach nicht. Einfach nicht hinterfragen. Oh, Mann. Ganz ehrlich. Hier sind... So viele Fallen. Aber wirklich. So viele Fallen. Da warte ich eigentlich echt nur, bis jetzt irgend so'n hässliches Viech kommt. BZW. Viecher. Möchtest du? Nö, er wollte... Schön. Danke. Weiß ich schon. Aber er wollte halt... Ach, er wollte sich ducken, weil ich eben... Weil ich mich in der Jauche, wenn ich mich da ducke, dann sterbe ich eh. Wahrscheinlich deswegen. Sehr gut. Und jetzt darf ich... Sonst bin ich eh wieder drauf. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nope. Oh, oh, oh. Hi. Oh. Oh, nein. Oh, ich wusste es doch. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war in der Tat... Das... Hihihi. Oh. Fetti. Okay. Oh, nein. Nein. Schlechtes Idee ever. Ich hoffe, sie können nicht schnell laufen. Sicher, die soll ich auch... Alles okay. Alles okay. Schneller. 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 Los. Oh, wow. Ja, 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 ja. Ja. Und komm, 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 komm. Ich will noch mal. Oh, mein Gott. Okay, gut. Ich bin raus hier. Raus hier. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, oh. Wow. Mega uncool. Mega uncool. Den muss ich verbrennen. Danke. Hahaha. So. Okay. Okay. Was, 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 was? Nehmen. Uh. Nett. Okay. Oh, oh, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Weil? Richtig. Pistolenmunition. Komm, schneller, 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 schneller. So, wo war das, wo war das, wo war jetzt die Pistolenmunition? Die war doch jetzt hier irgendwo. Die Pistolenmunition, die, nein. Du sollst die Tür aufmachen. Witzball. So, hier war doch irgendwo diese dämliche Munition, oder nicht? Oh, da halluziniere ich schon wieder. Ah, ich glaube, ich, ah, ja, hier ist der gut. Jawohl. Jawohl. Okay. Gut. Fertig. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. Der langer Gang ist so ässlich. Und da tropft Blut an der Wand. Ich mache Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat euch heute gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei The Evil Within mit mir dabei seid. Mein Name ist Pernis Ako für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.